hallo und zurück bei no man's sky so wir sollen hier denke ich mal das lager durchsuchen ich denke mal hier das ist doch das lager richtig ich spähe das gehäuse des signals eine planetenkarte wir gehen mal wieder rein oder weil ich sehe jetzt nichts was wir hier noch mitnehmen könnten und hier drin sind wir doch recht sicher open inventory ja ich habe einen fehler gemacht ich habe also ich hatte keine lust das selbst zu belegen die tasten mit voice attack und da habe ich mir mal ist es hat jetzt nicht viel gekostet waren glaube ich vier euro oder so und aber die hätte ich mir sparen können denn meine englische sprachausgabe ich sag's ganz ehrlich das funktioniert nicht also das funktionierte das meiste wirklich nicht so jetzt wollen wir schauen ja planetenkarte wo sollte dies sein hier ist das scanner hier unten markiere die karte hier wird jetzt mal was kann man hier machen routeplan aha was soll ich denn für eine routeplan hier oben 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 Ja, kann ich jetzt, ist das Ding jetzt hier, kann ich mal im Rahmenschiff fliegen? Wenn ja, weiß ich nicht wie. Take off. Ja, so richtig nicht. Weil meine Nachschubstärtsschubdüsen sind kritisch beschädigt. Ja, ich brauche ja erst noch das hermetische Siegeln, ne? Ja, ich verstehe. Das sind 867. Das sollten wir uns ein bisschen eindecken mit Sauerstoff. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, das Problem ist einfach... Ja, wir schauen mal, ob er noch irgendwo... ...ein bisschen Sauerstoff bekommen. Gleich in der Höhle hier. Ist das eine Höhle? Die geht aber nicht weit rein, ne? Oder? Oder doch? Doch. Dann holen wir uns mal lieber noch ein bisschen Sauerstoff, so früh wie es geht. Natrium ist, glaube ich, gut. Weil das ist eine... Und ihr wisst, wir sind im Grunde... Ich weiß noch nicht, wie man... Unterwarnung, bevorstehender Sturm. Oh. Ich hoffe... ...dass wir hier in der Höhle sicher sind, ne? Zum Giftsturm in der Höhle. Das ist ja blöd. Wir haben uns echt den blödesten... ...Planeten ausgesucht, den es gibt, ne? Wir müssen mal schauen, dass wir am Ende... ...Glebnatrium ist gut. Ähm... ...ein bisschen von dem Kohlenstoff finden. ...Extract Resource. Okay, Commander. Extract Resource. Aye, aye, Commander. Aha. Ja, manches geht halt, ne? Manches kann man machen. Manches geht halt eher nicht. Warte mal, da ist noch das. 805. Nehmen wir mit, was wir bekommen, ne? Hier. Ich bin mir nur nicht sicher. Äh... Was brauchten wir noch mal? Ja, die Kette ist gern... Ja, genau. So ist es... ...und schon die Hälfte verbraucht hier. Das ist das Ende hier der Fahnenstange, oder? Wir schauen mal kurz. Wir schauen mal kurz. Nur gut, dass wir nicht essen müssen. Um ehrlich zu sein. Suche ich einen Hohlen- oder Gebäudenschutz. Alles klar. Wetter-Update. Wetter-Update. Sturm lässt sich auf. Das ist schön. Schön, dass es ein Wetter-Update gibt hier. Ah, wir... Warte mal. Wir müssen noch einiges im Raumschiff lassen. Man weiß ja nie, was man so unterwegs findet. Und ich denke, das ist hier alles begrenzt auf das, was wir jetzt hier haben, ne? So, aber schauen mal. Energie ist in Ordnung erst mal. Jetpack auch. Das auch. So, dann gehen wir mal zurück zum Multifunktionswerkzeug. Und schauen mal. Das müssten wir vielleicht ein bisschen aufladen dann. Haben wir was zum Aufladen? Tatsächlich. Wir haben verdichteten Kohlenstoff. Phosphor und Kohlenstoff. Okay. Pass auf. Wir scannen mal die Gegend, ob wir vielleicht noch ein bisschen Kohlenstoff bekommen. Schauen wir mal, ob... Flashlight. Das macht er nicht. Flashlight. Nein. Okay. So, wir schauen mal, was wir noch bekommen hier. Natrium. Natrium. Jede Menge Natrium. Natrium, 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 Natrium. Was ist das hier? Teuterinium. Na, die Welt ist es nicht hier, meine Freunde, der Nacht. Was ist denn das hier für ein Riesengebäude? Macht das hier für ein Riesengebäude? Macht das uns Schaden, wenn wir hier... Schauen wir mal gut. Scan. 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 Scan-Item. Okay. Hier unten ist hier noch Höhlen. Kann man schauen, ne? Kann man schauen, ne? Jetzt hier macht man ein bisschen Angst. Wir müssen nur wieder aufpassen vor den Fiedern. Oh, Gesundheit ist aber nicht wiederhergestellt, oder? So, Natrium, Nitrat, so, Exo-Hochleistungsinventar, Raumschiff. Braucht man der Schrott dafür tatsächlich? Salz. Aha. Da braucht man aber einen Terrainmanipulator. Den haben wir nicht. Ist in Ordnung. Wir sind nur noch 7,55. Ich würde aber, wie gesagt, gern was im Raumschiff lassen. Kobalt. Das ist alles Kobalt hier, ne? Okay. Ne, hier ist nichts. Das waren die Eier, ne? Ja. Warte mal, das ist da oben, würde ich trotzdem gern nach unten. Warte mal, hier geht's auch noch weiter rein. Schauen wir uns zumindest mal an, die Höhle, ne? Das ist eigentlich nur Kobalt hier und die Eier. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Aber... Aber für was und wann habe ich die Frage? Roll halt nicht durch die Gegend. Ja gut, wir lassen's erst mal. Wir wissen ja eh noch nicht, für was wir's brauchen. ganz schön verzweigt hier die Höhle, ne? Hoffentlich finden wir unser Raumschiff wieder. Ja. Ähm... Hatten wir nicht eine Planetenkarte? Da ist mal... Das können wir dann hier aufladen, hier können wir Emojis machen, Alphabet, was ist das hier, Kreatur? Aber gab es da nicht, hatte ich da nicht irgendwie eine Sektorkarte noch? Oder muss ich da oben sein? Scheintlich muss ich da oben sein. Halbzeit, wir finden unsere Raumschiffe, wie gesagt, das wäre ja blöd. Das ist alles Kohlwald hier. Ganz schön verzweigt die Höhlen-Systeme hier. Ja, nehmen wir mit. Wie gesagt, ich hätte halt gern... Wir haben keinerlei Kohlenstoff hier, ne? Wir haben irgendwo Kohlenstoff finden, der zukommt. Für unseren Laser, wisst ihr? Nein, wir haben noch ein bisschen, aber... Welt ist es halt nicht. Natrium braucht man für irgendwas. Ich bin mir nicht sicher für was. Schade, wenn wir dann sterben, so plötzlich. Wir nehmen mal... Zumindest noch die Sauerstoff-Bloch. Das ist für den Natrium. Ah, das nehmen wir noch mit. Das ist immer gar nicht zu. Boah, ist das eine ewig große Höhle. Boah, ist das eine ewig große Höhle. Dann sollten wir echt aufhören. Ich lade mal auf. Schauen wir mal, wie viel wir reinbekommen. Und dann müssen wir trotzdem mal aufhören. So, haben wir alles rein, was wir haben. 44, das lassen wir jetzt mal. Okay, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Nehmen wir ein bisschen Kobalt noch mit. Ach, sicher? Ich weiß nicht, was wir brauchen. Aber wer weiß. Nehmen wir 50 Kobalt mit. Keine Ahnung. So. So. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder rauskommen, ne? Um ehrlich zu sein. Das ist ganz nett. Nett. Ja. Wahrscheinlich dann auf Dauer wird es wahrscheinlich dann sehr repetitiv sein. Aber da die Planeten sehr unterschiedlich sind, kann ich mir vorstellen. Das ist ganz nett. So entdeckermäßig, wüsste. Und es gibt noch eine kleine Story drumherum. Und man kann halt noch ein bisschen Basen bauen. Also ich denke mal, man kann sich hier ein paar Stunden mit beschäftigen. Also wenn wir nicht wie wir vom Iron Man das Problem haben, dass wir wahrscheinlich viel zu früh sterben. So, jetzt ist die Frage hier. Ja. Was ist denn das für ein riesiges Ding, das da ist? Was ist denn das für ein riesiges Ding, das da ist? Was ist denn das für ein riesiges Grünes Ding, das hätte ich gar nicht gesehen. Wasserstoff. Ja, Wasserstoff. Wir brauchen noch Kohlenstoff, oder? Für den Mining Laser. Kohlenstoff oder Verdichteter. Oder Phosphor. Mist. Sauerstoff. Oh, jetzt ist es schon wieder weg, echt. Boah. Das ist ja ein geringer Scan. Oh ja. Wo ist unser Rahm Schiff? Verdammt. Was ist denn jetzt hier? Keine Angst. Dam du, ist unser Raamschirm. Oh! Oh, oh, das könnte... Wartet, wir hauen uns... Oh, das war schlecht. Wir hauen uns ein bisschen... Ähm, wo ist Sauerstoff hier? Technologie aufgeladen. Wo ist unser Raamschiff? Verdammt. Ich weiß es nicht. Ähm, nee. Das... Erste Schritte, okay. Hier, wer noch das findet... Ja, das ist richtig. Nee, wir bräuchten die Karte. Hat man die... Warte, zumal. Wir bräuchten... Wir haben gar keine Karte hier, ne? Wie können wir denn... Oh, verdammt. Ich weiß doch nicht mehr, wo das Raamschiff ist. Waserstoff. Verdammt, wo ist hier das Raamschiff? Mist. Mist. Oh, das ist so schlecht. Ach, oben ist unsere Gesundheit. Ich sehe es. Dumm. Wie kann man denn die... Wie kann man denn die Gesundheit wieder... Wie kann man denn die Gesundheit wieder... Oh, das ist doof. Oh, das ist doof. Oh, oh. Ah, ich dummkopf. Wenn man hin ist, geht jetzt unsere Gesundheit wieder nach oben. Aber der Giftschutz halt, ne? Ich hab halt nix, ne? Das gebe ich jetzt für eine Höhle. Oh, man. Ich sehe nix. Oh, man. Oh, man. Irgendwo hier eine Höhle wäre. Boah, ich wäre so froh, wenn hier eine Höhle irgendwo wäre. Wäre nicht sowas von sterben, oder? Warte mal, wir können doch... Äh, wir können doch unseren... Moment. Boah, ich hab da nicht einmal dran gedacht. Wie weit ist denn noch? Bis zu dem Ding. Dann gehen wir trotzdem mal weiter. Stimmt, wir können ja auch unseren Giftschutz wieder auf... Ah, ich weiß. Ist hier zufällig eine Höhle? Da müssen wir uns... Oh, man. Aha. Können wir hier irgendwo rein? Das wäre natürlich super, oder? Ich glaube, ohne. Giftschutz, schnell wie sie in sich. Oh, schön. Oh, schön. Aber ich glaube halt... Das Problem ist... Was ist denn das für ein Aktiv-Gutviel? Oder... Oh, der Kolle beschädigt. Eintrag folgt. Niemand. Ich mache diese Aufzeichnung für den Fall. Kritze, 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 Hinterlasse im Hersteller könne von Nutzen sein. Visier beschädigt, kann das Schiff nicht finden. Wir bergen es mit Vorrätern. Wir haben das hermetische Signal. Okay, und wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zum Schiff? Das würde mich ja mal interessieren. Achso, ja, das ist wieder die tragbare Raffinerie. Ach, und hier kann ich schauen. Kehre zurück zum Raumschiff. Ja, schon. Schon. Oh, wir haben 1.267 Units. Damit können wir uns was kaufen, falls es irgendjemanden gibt, der was zu verkaufen hätte. Was sind denn das hier für... Okay. Okay. Wärmeschutzmodul. Nice one. Wenn mir jetzt noch jemand sagen würde, wo unser Schiff ist... Ja, super. Jetzt müssen wir erst mal schauen. Ach, warte mal. Verwendet das Analyse... Ah. Analyse... Dingsbums... Visier muss installiert werden. Moment. Da müssen wir erst mal hier rein. Ähm... 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 Oder doch. Was ist denn das überhaupt hier? Erschaffe Technologien. Sauerstoff-Wiederverwerter. Wow. Ne, ich will jetzt mal nicht den Sauerstoff erstmal verbrauchen, weil vielleicht brauchen wir den noch. Ich würde sagen, unser Ziel ist es jetzt zurück zum Raumschiff zu kommen und dann machen wir für heute Schluss, weil das ist die einzige Chance, dass wir speichern können. Aha. Aha. Das ist aber wieder dieser, ne? Sauerstoff-Wiederverwerter. Was haben wir denn hier? Hier haben wir das Wärmeschutzmodul. Hier haben wir eine zähe Flüssigkeit. Lebenserhaltung. Gefahrenschutz. Was? Ach, wartet mal. Hier ist doch was. Analyse-Visier. Hier haben wir was. Oh, Mist. Was brauchen wir? Hochleistungskohlstoff-Nanoröhren. Das haben wir ja leider nicht. Kohlenstoff. Wir haben ja keinen Kohlenstoff. Den hätten wir ja sowieso gebraucht. Sammle Kohlenstoff, ne? Ah. Verdammt. Äh, warte jetzt mal. Wir hauen mal... Ist das hier irgendwas Besonderes, ne? Wir hauen mal durch noch ein bisschen Sauerstoff. Technologie aufgeladen. Okay. Okay. So, wir brauchen jetzt Kohlenstoff. 50 an der Zahl. Indem du auf Pflanzen und Bäume schießt. Ja, hier sind ja so viele Bäume und Pflanzen, ne? Das sind die, die böse sind. Lässt mich in Frieden. Ist das hier auch eine Pflanze? Was kommt ihr hier auf? Das sind jetzt fünf grüne Stinkel hier. Warte mal, das sind... Oh Gott, das ist hier ein Ries. Ihr seid lieb, ne? Bitte sehr, dass du lieb bist. Naja, Sauerstoff brauchen wir auch. Aber wir brauchen ja Kohlenstoff. Das beißt sich ja in den Schwanz, weil wir brauchen auch Kohlenstoff. Wir brauchen auch Kohlen... Was sind denn das da unten für weiße Dinge? Haben die vielleicht Kohlenstoff in sich? Ähnliche Eier, oder was ist das denn? Ne. Das ist nicht gut. Warte mal, das holen wir mal. Das sieht ganz gut aus. Äh, warte jetzt mal, wir brauchen... Yes. Wir schauen mal, was das dort hinten ist. Und ob das vielleicht uns ein bisschen... Ein bisschen Kohlenstoff gibt. Warte mal, was denn das? Wie das sagt, das ist Kohlenstoff. Leider nicht. Ja, und vor allen Dingen, ich kann da nicht drauf schießen, denn... Wisst ihr? Weil ich ja keinen Kohlenstoff hab. Wenn ich hier drauf schieße... Fängt mir gar nichts, ne? Ne. Ah, blöder Kohlenstoff. Wahnsinn. Au! Kein Kohlenstoff. Kein Kohlenstoff. Mist, Mist. Mist, Mist. Mist, Mist. Mist, Mist. Mist, Mist. U2. H. Ich brauche Kohlenstoff. Ich brauche Kohlenstoff. H ist kein Kohlenstoff. Ist öffentlich. Serienstan-Lay. Mal als... Wasserstoff nicht irgendwie noch Kohlenstoff machen? Ich muss wieder zurück. Und das hier unten Ist aber auch ein blöder Planet Ohne Kohlenstück Wo warten jetzt wieder Unser Ja, das die Bäume hier Das macht mich wahnsinnig Wir müssten vielleicht Ja, das bringt uns alles nichts Hier unten ist das Ding Das bringt uns nichts Ohne Kohlenstoff Sind wir hier komplett aufgeschmissen Okay, jetzt wissen wir also Dass die Tatzen hier bedeuten Nichts anderes als Was ist denn das da oben eigentlich Giftschutz Nichtkommen Ja Giftschutz Stabilisiert sich Das Schiedetreisen Echt doof So ein Mist So ein Mist Wo bekommen wir Kohlenstoff her Das ist jetzt die große Frage Vor allen Dingen 50 Kohlenstoff Ich wüsste noch nicht mal Im Entferntesten Ich wüsste natürlich auch nicht Wo jetzt mein Mein Raumschiff ist Sonst würde ich einfach nur zurückkehren Ich habe keine Ahnung Wir haben ja auch Wir haben hier Kobalt Wir haben ein bisschen Kreaturenzeug Lebenserhaltung Eiweiß Was kann man eigentlich Warte jetzt mal Was haben wir noch hier Für eine Technologie Achso Na gut Sauerstoff Erhöht Die Grundkapazität Der Lebenserhaltung Längere Aufladung Zu überleben Ja Ist nicht so schlecht Wie viel haben wir denn noch Sauerstoff Das würde uns trotzdem Zu viel Sauerstoff Jetzt trotzdem Wecknommen Was haben wir eigentlich Hier noch An Technologie Ne Können wir jetzt alles nicht machen Wir müssen jetzt irgendwie Zurück Zum Schiff Ich habe keine Ahnung Wo das ist Ich habe keine Ahnung Wo das Schiff Auch nur im geringsten Sein könnte Ich weiß gar nicht In welche Richtung Wir da gehen sollten Wir können nur falsch gehen Wahrscheinlich gehen wir In die völlig falsche Richtung Das ist echt ein Problem Wir sind noch niemals zu Ne Wir müssen schon die andere Richtung Wir sind Wir haben das hier gesehen Ne Wir müssen hier drüber Wir sind von oben gekommen Also Die Dinge hier Die sagen mir gar nichts Ich denke wir müssen von der anderen Seite fahren Wir gehen nochmal in die Warte mal Das sind noch zwei Boxen Hier Waren wir schon in allen beiden Kohlenstoff Was ist denn eigentlich Wenn wir das Vieh hier Erschießen Oh mein Gott Oh mein Gott So Jetzt schauen wir nochmal hier genau Ne Hier ist nix Mit dem anderen ist wahrscheinlich auch nix Das Vieh ist echt Nervig Ja das war Das war das wo wir waren Na dann Ich gehe jetzt mal hier rüber An dem goldenen Ding da vorbei Kupfer Brauchen wir bestimmt Können wir eh nicht abbauen Ich meine So eine Weitsicht haben wir bestimmt nicht Dass wir sehen Wo unser Rahmenschiff ist Ich wüsste noch nicht mal mit dem Fernletzen Wo das sein könnte Vor allem hier ist kein Baum Oder sonst was für Kohlenstoff Hier haben wir O2 Hier haben wir wieder H Nix an Kohlenstiften Was ist das hier oben Ich war echt Ich habe dann noch mal mit dem Ich bin Hier hin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh, das war Kohlenstoff. Die Wasserstoff. O2, Natrium. Das Natrium nehmen wir mit, weil das ist Giftschutz. Da drüben ist vielleicht... Achso, hier sind wieder die Viehchen. Das ist echt nervig. So, wir sind mit den Pflanzen hier. Kohlenstoff. Nice one. Und das hier? Ja, der Erbs. Okay. Okay. Jetzt, jetzt bräuchte man eine Höhle wieder, ne? Da drüben ist noch so eine Pflanze, nehmen wir mit. So, wir stellen dann dieses Rohr her, ne? Kohlenstoff-Nano-Rohr. Macht mich wahnsinnig mit eurem Giftschutz. Boah, ist das ein Tug, oder? Was ist denn dann, Gäste? Gäste jetzt stehen geblieben. Jedenfalls sind wir hier weit, weit, weit von unserem Raumschiff entfernt. Gäste mal, was denn hier ist. Was ist denn eigentlich das hier? Oh, Kohlenstoff, verdichtet. Also, die Ruden. Damit können wir unsere Laser dann auch füllen. Super. Aber langsam sind wir voll, ne? So, was haben wir hier noch? Ah, ich hab was gedacht. So, dann... Hau nochmal den Giftstoff. Ähm, genau. So, wir gehen hier hin. Kohlenstoff... Nanorohr. Ach so, das fehlt uns ja noch. Genau. Ne, das müssen wir bei Exoanzug wahrscheinlich... Ach so, jetzt haben wir... Ah, jetzt haben wir den ganzen Scheiß hier drin. Äh, ist ja verrückt. Ähm... Dann... Die Eiweißperlen mal raus, oder? Ausrangieren. So, Nanorohr. So, und jetzt schauen wir nochmal. Okay. 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 Unser Raumschiff... Yes. Sehr schön. Ich hab schon gedacht, wir müssen elendisch sterben. Warte mal, jetzt machen wir mal unsere Minenlaser noch voll. Und zwar... Und zwar, ich nehm das Verdichtete... Technologie aufgeladen. Und nehm noch ein bisschen Sauerstoff mit. Also, ich hätt schwören können, dass wir... Ich hätt schwören können, dass wir sterben. Das Licht... Du, bitte ein Geflatterner. Was ist nicht beteiligt? Wurscht. Okay. So, wir machen gleich mal unseren Giftschutz wieder. Nicht, dass da was Schlimmes passiert. Giftschutz, lenk ab. Wir brauchen über kurz oder lang wieder Natrium, ne? So gut, dass wir so viel Natrium mitgenommen haben. Die Dinger hier, die machen mich auch nervös. Ich glaub, die sind doch geästig gelöst. Ach hier, das ist ein Avrio. Ach so. Den kriegt man leider nicht. Mist. Wir haben kein Natrium mehr. Technologie aufgeladen. So, das finde ich schon mal gut. Gut. Das heißt also, wenn ich jetzt... Ah, ist ja schön. Wenn ich jetzt... Was haben wir gesagt mit... Und das könnte ich dann markieren. Juhu. Ich hätte nie gedacht, dass wir das wieder zurückschaffen. Sexy wie sie ist. Ich hätte es echt nie gedacht. Das ist halt... Das ist halt... Das ist halt... Trotzdem, ne? Das ist halt der Vorteil vom... Äh, der Vorteil vom... Iron Man oder Bama Death. So, dann reparieren wir wieder, ne? Impulseintrieb. Okay. Jetzt bräuchte man noch reines Ferrit. Und die Wasserstoff-Gelie. Okay. Das machen wir wirklich das nächste Mal. Aber dieses... Aber dieses... Die Wasserstoff... Hat man das nicht sogar schon ein paar... Mit... Aber dieses reine... Das müssen wir mal schauen, ob wir das herbekommen. So, ich sag tschau tschau für heute.